Die Menschen im Jemen sind bekannt dafür, ihre Arbeit zu lieben. Aber die Krise der letzten Jahre hat das Leben aller Menschen hier verändert und bedroht. Millionen Jemeniten haben ihr Einkommen verloren. Tausende kleiner Geschäfte wurden zerstört. Das Resultat? Fast 20 Millionen Menschen leiden Hunger. Die Krise wird als die schlimmste der Welt eingestuft. Die Hilfeleistungen von Care ziehen darauf ab, die Ernährungssicherheit im Jemen zu verbessern, die Infrastruktur wieder aufzubauen und den Lebensstandard der Menschen zu erhöhen. Dafür haben wir ein Projekt zur Resilienzstärkung in der Landwirtschaft gestartet. Das Projekt hilft 600 Menschen in den Distrikten Tuban und Wahabil Jabr im Gouvernement Lahic. Durch Cash for Work Programme können die Menschen die Infrastruktur des Landes und gleichzeitig eine Lebensgrundlage für sich aufbauen. 150 Jemeniten wurden intensiv geschult, wie sie Unternehmen und kleine Betriebe aufbauen und sinnvoll wirtschaften. Ein Mann im Gouvern und Einfänger Ausnahme Paragene 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 Vorrang Die Teilnehmer haben Geld bekommen, um ihre kleinen Betriebe aufzubauen. Sie wurden dabei von speziellen Beratern betreut, um sicherzustellen, dass die Projekte erfolgreich sind, dass sie das Leben der Menschen nachhaltig verbessern. Die Teilnehmer haben wir in diesem Projekt, um die Möglichkeit, die Erwerbungen zu ermöglichen, Eine andere Gruppe, bestehend aus 100 Menschen, arbeitete mit alternativen und nachhaltigen Energieprojekten mit Batterien und Solarpanelen. Durch theoretische und praktische Seminare zu alternativen Energien und insbesondere Solarenergie lernten die Teilnehmenden, umweltfreundliche Energiequellen zu benutzen, anstelle von elektrischem Strom, da das Land große Probleme mit der Stromversorgung hat. Die Teilnehmenden können ihre Solarzellen auch an andere vermieten und damit ein Einkommen generieren. Die Sonne wirkt als nachhaltige Einkommensquelle und die Menschen können jeden Morgen neue Hoffnung schöpfen. Wir von Kehr sind überzeugt, dass die Jemeniten stärker sind als der Krieg, dass sie die Krise überstehen werden, dass sie Hunger, Armut und Krankheiten hinter sich lassen können, die ihnen alles genommen haben. Wir reichen allen die Hand, damit sie wieder auf eigenen Füßen stehen können. von Kehr ist die K Repräsentation und Stärke. Die maximize Hüfte, die K Repräsentation und Kaffee sind bereits in der Welt. Tätigkeit von Berge aber nicht ohne Katzen ges junction. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020